Moin und Herzlich Willkommen hier zu einer weiteren Folge LSBDFH. Heute mit einer Highspeed Unit. Ähm, mal schauen und warum lädt die Karte zwischendurch nicht? Das verstehe ich irgendwie nicht. Okay, ja. Gut, jetzt wie immer. Abo und Like. Und ja, dann gucke ich mal was geht. Ähm, warum lädt meine Karte nicht? Das stimmt wiederum. Metrostation. Ihr habt es hinter. Gerade angekommen, da ist der Einsatz auf einmal weg. Und was ist denn da? Da ist eine Raser. Dann kümmern wir uns halt um den. Komm halt an. Wem gehört der? Abgelaufene Zulassung. Perfekt. Dann hätte ich gehen mal. Ähm. Ich gehe nicht aufeinander. Achso. Ich habe mir in der Zeit auch mal einen Partner dazu geholt. Komm, hilf doch mal. Danke. Wow, die Kollegen haben wir wieder gut, ne? Die Kollegen haben es mal wieder gut gemacht. Und du hast es auch gut gemacht, ey. Kann ich gleich das Zeichen nochmal machen. Ah, nimmst du sie mit? Ja, ich habe das extra schnell gemacht. Damit die sie auch mitnehmen. Warum? Komm, rin. Perfekt. So, ja. Gut, der Einsatz war jetzt sehr, sehr schnell rum. Ich hätte schon gedacht, dass er irgendwie länger geht. Und irgendwie... Wo sind jetzt die Kollegen? Sind die... Sind die... Oh, wo sind die? Fangen die... Da hat jemand eine Bodenbeleuchtung. Jetzt mich verarschen. Oh, einer ist Funktion. Ops. Ja, gut. Dann, wenn da jemand anhält... Ehm... Was machst du? Okay. So, einmal Tessa Parker bitte überprüfen. 2003. Sie dürfen also gerade fahren. Ui, da haben sie aber Glück. Kommt auch mal was zurück, Leitstelle. Hä? Funktioniert das nicht? Sonst mache ich mal Fahrzeugabfrage. Wenn das auch nicht geht. Sollte aber eigentlich. Target vehicle license place. Und dann kann ich hier gleich mal machen. Größeres Fahrzeug mit sie. Können sich gleich mal. Sie sind festgenommen, weil sie mit einem abgelaufenen Fahrzeug gefahren sind. Also hier, Versicherung ist abgelaufen. Und, und, und. Dann holt ich für sie mal einen... ...polizeilichen Transport. Und hier können sie sich hinknien. Ich muss schon einmal zu meinen Kollegen. Irgendwie. Boah, hübscher BMW. Was ist hier jetzt? Ach, der ist weggelaufen? Äh, Hilfe. Mein Gott, was denn da war mal los? Ah, ich hab ja, hab ich vergessen, den klingeln zu lassen. Äh, wenn er nicht kniet, dann läuft er weg. Warum reden, Kollege? Ab zum nächsten Einsatz. Dann werden wir gleich ein paar Außen-Einsätze aneinander. Was ist hier los? Ja, hier wurde, glaube ich, jemand in die Tasche geklaut. Nee, warte, hä? Bewegt er gegen sich? Help me, please. Ja, wie können wir Ihnen helfen? Ich werde verfolgt und bin wie die... Ich bin sehr aufgeregt. Tag, ähm... Machen Sie mal eine Pause. Wie weh, ja. Oh, ja, dann fahren wir doch mal hin. Wenn der Kollege kommt. Ach, komm, steck schneller ein, Dobby. Ich nenne jetzt einfach Dobby, ey. So wie hat der anderen einen Spaß, ich nenne ihn, Dobby. Ich nenne ihn anders. Sklave Nummer 1. Was ist das der hier? Die hier, Entschuldigung. Man soll ja ordentlich reden. Hallo, Officer, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, wir haben eine... eine Einanzeige bekommen, dass Sie jemanden verfolgen. Ist das richtig? Oh Gott, nein. Niemals. Das muss ein Mistake oder so sein. Ähm... Das ist nicht eigentlich... Of course my shopping can, wait, don't worry. Äh, what? Ja, you are good too. Ja, das war wohl ein Mistake. Und Abzahre zurück. Geht der Typ jetzt einfach weiter. Dann stelle ich mich aber hier in den schönen Zeit, der Bobo, Digga. Ah, gut, das ist hier. Was ist los? Äh, wir haben zu sehr gesprochen und... Ähm, sie hat gesagt, dass sie das nicht tut und so. Ja, gut, dann auch. Tschüss, tschüss. Wo kommst du denn jetzt, Herr Officer? Warum stehen hier zu oft? So, da sind wir wieder. Haben auch schon einen weiteren Einsatz. Eine Person, die wir fragen sollen. Mehr habe ich mich noch selber gar nicht reingelesen. Da muss ich aber mal denn... Da fahren wir dann mal hin. Ey, das ist weg, dann. Das ist nie passiert, okay? Das ist einfach nie passiert. Einfach nie passiert. Ich kann nicht mehr fahren, auf einmal. Oh, oh, Gott. Oh, jemand von der High School. Ähm. Warum fährt es dieses Auto manchmal so schlecht? Oh, ja. Mit seinem Energy. Mit seinem Energy. Servus. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Ähm. Hä? Muss ich nicht mit dir reden? Gib mal deine Ausweise, bitte. Dankeschön. Ja, James. Doc. Einmal bitte überprüfen. Da scheint wohl alles okay zu sein. Dann ab zum nächsten Kollegen. Was natürlich, du willst laufen, ist mir egal. Du kannst auch laufen. Das ist ein bisschen, du Idiot. Ja, komm, packen wir mal hier. Dann mal ab zum nächsten Schauen. Wo ist der? Ist der hier drinnen? Ne, hä? Ist der in der Uni drinnen? Das ist ein bisschen, ich bin eskortet. Ja, ich bin eskortet. Ich bin eskortet. Okay. Was ist das jetzt? Ja, gut, wenn es das war, ist es. Ab zum nächsten Call. Wir haben ein Motorrad-Roll-Akzident in Richmond. Raspon-Code 3. The caller is waiting for you. Ja. Ja, gut. Motorrad-Roll-Akzident in Richmond. Warum fahrt ihr hier lang, Kollegen, wenn ihr nichts macht? Ah, da vorne. Ist schon fast nicht mehr in dem Kreis, aber komm. Mach ich mal nur das an. Ja, servus, Polizei. Guten Tag, kenn ich. Was haben, was können wir sagen, was passiert ist? Der Hund ist über die Straße gelaufen. Wie fahrt ihr eigentlich alle? Ach Gott. Da ist ein Hund über die Straße gelaufen und dann war er so geschockt. Brauchen Sie einen RTW? Nein, danke. Ähm, ich werde mich mal umschauen. Schreibe ich mal den Report. Ähm, danke. Warum stehen hier überall Polizeiautos? Und dann gehe ich mal wieder raus. Warte, ist der Job jetzt zu Ende oder wie? Ach, kaum als wenn der Job jetzt zu Ende ist. Und dann gebe ich. Hier ist ihr. Die Fortschlitter noch. Tsch Tsch. doch nicht oder ist ein hund wird das ein hund da ist ein hund sagt mir das früher jäger anfordern den habe ich nicht gesehen ich glaube ich habe hier mal den verkehr gott der arme hund bekommen ja fährt auf jeden fall ein krasses auto würde ich mal sagen kollege wenn du das jetzt tust dann löscht ich dich das ist kam hallo jäger hier liegt ein hund er habe ich zuerst gar nicht gesehen können sie dem noch helfen ich hoffe mal wäre schon doof sieht aus als wäre der todesucher folgende schusswunden welt wird da wurde eingeschossen vom rindkollege dann kann ich hier weg ach komm war er noch halt meine heiße video da was war das jetzt für ein farmmanöver da kassierst du jetzt dafür kassierst du jetzt dass deine eigene ok was macht wie fahrt ihr eigentlich alle hier auch wieder auf ich gar keinen bock ist mir jetzt schon zu anstrengend war ich lieber hierhin und halt jemanden an da kommt vielleicht mal hoch in die genau das reichen viertel schau mal ob da etwas los ist da war doch da war jemand zu schnell und hat noch abgebremst das was damit lasse ich mich nicht verarschen der kollege raus aus dem fahrzeug hände hoch und auf dem boden und auf dem boden und auf dem boden habe ich gesagt polizei ja so ist richtig sind vorläufig festgenommen weil sie uns gerammt haben das war es dann wohl mal mit dem schönen tag würde ich mal sagen er ist martin ist bitte einmal wir prüfen was macht neunz jahr und die soll die person bewaffung bewaffn kollege komm mal her person fälzen die frage ist wie lange brauchen die kollegen hier hoch gestohlenen perlix stecker gut ist dann sie mit festgenommen sie können hier einmal die schien kniehen und ja du fährst zwar eigentlich einen echt schönen bully aber du musst ja wohl nicht meinen autoraum dafür hast du keinen bock die blau lichter anzumachen eigentlich jetzt mal so kurze frage kollegen die sollten eigentlich funktionieren da oben drauf nö natürlich nicht na kollege dann war es das eigentlich und kommen wir mit kollege komm ich muss ja für im auto sitzen das nervt voll und ich komme mir mal ein bisschen entgegen gefahren weil ich stand auf dem bürgersteiger habe ich gerade gesehen das ist nicht so gut ach komm hupp nicht äh ich meine lauf nicht dann jo dann würde ich eigentlich sagen dass der kollege jetzt das video beendet und ja genau kollege hiermit ist das video zu ende und die karte fängt schon wieder an nicht mehr zu laden perfekt ich habe irgendwas kaputt gemacht jo ähm ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen like und auch mich nicht vergessen und ciao so 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 Vielen Dank.